Morgenandacht von Reinhard Hürtler, Epheser 2, Tag 43 Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Denk hier daran, die Aufsicht über die Gemeinde gehört Jesus. Sie gehört nicht dem Pastor. Doch das ist ein anderes Thema, über das wir in Kapitel 4 sprechen. Unter seiner Aufsicht wird es gebaut, bis es sich als der heilige Tempel des Herrn selbst vollendet erhebt. Der Tempel, der gebaut wird, den wir Gemeinde nennen, wird tatsächlich von ihm und für ihn gebaut. Er wird weder von jemand anderem noch für jemand anderen gebaut. Wenn du das im griechischen Original anschaust, ist die Bibel sehr, sehr klar. Die Wohnstätte, die Gemeinde, der Tempel ist für Gott bestimmt, um darin zu wohnen. Hier in Vers 21 heißt es, dass der Herr selbst das Gebäude baut. Doch schau dir den nächsten Gedanken in Vers 22 an. Das bedeutet, dass Gott jeden von euch in das Allerheiligste verwandelt, seine Wohnstätte durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in euch wohnt. Der Apostel Paulus spricht über das Allerheiligste. Falls du dich noch nie mit diesem Thema beschäftigt hast, möchte ich es dir erklären. Zu Beginn gab Gott den Bau der Stiftshütte in Auftrag. Sie sollte eine Wohnstätte für Gott sein, ein Ort der Begegnung. Es gab einen äußeren Vorhof, einen inneren Vorhof, das Heiligtum und das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten wurde die Gegenwart Gottes offenbar. Wir wissen, dass Gott allgegenwärtig ist. Aber es gab einen Ort, an dem er sich buchstäblich in einer solchen Kraft manifestierte, dass der hohe Priester gestorben wäre, wenn er nicht mit dem perfekten Opfer hereingekommen wäre. Gott hat ein so großes Verlangen danach, dass die Gemeinde nicht auf Zusammenkünfte fokussiert ist, dass die Gemeinde nicht auf Liturgie fokussiert ist, dass die Gemeinde nicht auf Klerikalismus und Hierarchie fokussiert ist, sondern dass die Gemeinde tatsächlich das Allerheiligste ist, der Ort, an dem die Gegenwart Gottes sich so kraftvoll manifestieren kann, dass Heilungen, Wunder und die Manifestation eines guten Gottes das Normalste sind. Eine Gemeinde, die es wirklich zulässt, vom Herrn selbst so gebaut zu werden, ich garantiere dir, wenn diese Gemeinde zusammenkommt, wird es immer eine Manifestation der Gegenwart Gottes selbst geben. Es gibt etwas, mit dem ich Mühe habe. Ich gestehe dir jetzt einen weiteren Kampf. Ich habe sehr damit zu kämpfen, wenn wir bei Versammlungen der Gemeinde Gefühle mit der Gegenwart Gottes verwechseln. Viele, viele, viele Male verlasse ich eine Versammlung und die Leute sagen zu mir, Oh, Reinhard, das war so schön. Gottes Gegenwart war in der Versammlung so spürbar. Ich schaue ihnen in die Augen und frage, Woher weißt du das? Sie schauen mich irgendwie schockiert an. Sie sagen, ich habe es gefühlt. Das Fühlen ist nur eine Emotion. Fühlen bedeutet nicht, dass Gott anwesend ist. Das heißt nur, dass deine Gefühle irgendwie berührt wurden. In einer wahren Wohnstätte Gottes, was die Gemeinde sein sollte, wird sich die Gegenwart Gottes manifestieren und tatsächlich etwas bewirken. Wenn kein Leben verändert wird, wenn kein kranker Leib geheilt wird, wenn nichts Übernatürliches geschieht, bezweifle ich, dass die Gegenwart Gottes tatsächlich manifest ist. Es spielt keine Rolle, ob du sie fühlst oder nicht. Ich habe für einige Leute gebetet, die krank waren. Eigentlich habe ich mich nicht gut gefühlt, als ich für sie gebetet habe, aber sie wurden geheilt. Lieber fühle ich mich schlecht und die Gegenwart Gottes manifestiert sich und heilt Menschen, als dass ich mich gut fühle und nichts passiert. Jeder Leiter muss ein tiefes Verlangen danach haben, dass die Gemeinde eine Wohnstätte Gottes wird. Und Paulus sagt, dies geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in euch wohnt. Es ist der Heilige Geist, der in uns lebt, der all das bewirkt. Aber er zwingt uns nicht. Er will die Hingabe. Wenn wir uns dem Heiligen Geist hingeben, wird der Heilige Geist uns benutzen, um eine schöne Wohnstätte zu bauen. Wir haben Kapitel 2 abgeschlossen. Juhu! Morgen beginnen wir mit Kapitel 3. Bis morgen!